1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2. Ich wohne in Leipzig, Deutschland. Amtliche Einwohnerzahl 520.000. Ich wiederhole es. Wilhelm Grimms Haus, Steffanstraße 70. 10-559 Berlin. Wir wohnen Weißingerplatz Nummer 7. Ich gehe aufs Klaus-Kohl-Gymnasium und meine besten Freunde sind Rudi Günther und Clara Schließ. Wilhelm Grimms Haus, Stephanstraße 70, 10-559 Berlin. Ich lese gern und mache viel Sport, Tennis und Leichtathletik. Wir wohnen Weißinger Platz Nummer 7. Ich gehe aufs Klaus-Kohl-Gymnasium und meine besten Freunde sind Rudi Günther und Klara Schließ. Ich habe auch einen Hund namens Todi.